Im nächsten Video möchten wir unsere Neuheit Vroni vorstellen. Nach einer intensiven Testphase wissen wir nun genau, wie diese Sorte funktioniert. Unsere gewählte Produktionsweise bringt ein sehr homogenes Endprodukt ohne Vorblüher hervor. Mit einer Produktionszeit von 9 bis 10 Wochen vom Minirouter bis zum Fertigprodukt handelt es sich um eine sehr schnelle Kultur. Vroni lässt sich sehr gut satzweise kultivieren, so dass der Gärtner perfekt alle zwei Wochen einen Satz topfen kann und dann ständig blühende Ware verfügbar hat. Die Sorte hat durch ihr gutes Wurzelbild eine sehr gute Trockenheitsverträglichkeit und das grüne Laub mit der silbernen Blüte stellt einen hübschen Kontrast dar. Zusätzlich blüht die Sorte ständig weiter und hat nicht nur eine Flashblüte. Des Weiteren benötigt diese natürlich kompakte Sorte keinerlei Hemmstoffeinsatz. Die Sorte hat besonders kurze Blütenstiele, was natürlich fürs Packen ein großer Vorteil ist, weil ein bis zwei Lagen mehr auf die Karre draufpassen. Somit spart man zum einen Transportkosten und das ist besonders gut für die Umwelt.